Das ist die Geschichte von Kleiner Ronny. Ronny, der sagt, goodbye, Mama. Und Mama sagt auch, goodbye. Er sagt, Ronny soll ein kleiner Junge sein von da aus. Und er sagt, du, ich wo auch. Und dann randt er nach dem Weg und er will mit dem Bus, mit für eine neue Show. Ronny, das wird ein großer Junge, und er dachte bloß immer so, dass er uns selbst ist. Er wird nicht sehr fern, er dachte nicht, wo andere es würde gehen, er wird nicht mitleidig. Und Mama sagt, wo kann ich das mal machen? Ronny wird mitleidig sein, und er wird gleich mit anderen Kindern zu spielen, und das ist so, dass er dort schenkt. Ich sage dir nach Beide, Jesus, ich weiß, dass man Ronny dort lernt, wenn er so viele schenkt, wenn er so viele schenkt, wenn er so viele schenkt. Und er ist so viele schenkt. dass wir wirklich mit den Bulls getraffet gehen, so spielte Sähe gewollt. Und Ronny interessiert es bloß Sähe. Und nun wird es zehn turnen zu beten. Weißt du, wenn du manchmal mit dem Bet zu Sähe utholen und den Ball weichst lohnen? Weißt du, so ein Game up? Das ist ein langer Stock an, bis Sähe den Ball weichst hätte. So ein Game wird es. Und nun wird es zehn turnen. Nun kann sie beten. Er war so groß und sie sahen sich selbst. Ich war den Ball ganz, bei dem hängigsten Turnen beten. Und er träffte ihn erst mal übernicht, aber er konnte ihn nach einmal. Und er stiebte sich so zu sein, und sie sahen sich selbst. Ich war den Ball immer auf dem Turnen beten, auf dem Weg, knapp und dann, mein zwei Jungs, da muss eine Wurst durch. Und sie war das für immer behäldet. was eigentlich herkontälen. Aber nicht irgendetwas erreicht. Ronny weiß nicht, was so recht passiert wäre. Aber irgendetwas bedeutet, hey, Ronny bat den Ball, und er knackt auch Sähe, ob er nicht in die Ball jenes hinstieren kann. Und wenn Ronny nicht weiß, was da passiert wäre, wenn er gemäßt ganz bedieselt wäre, er könne meist nicht mal denken, wenn diese Sähe hat er jene geknackt. Aber dort wusste er, dass er ihm das hier nicht seiweide, dort wusste er ganz klar, und er fällt auch an, und dann kann er feilen, dass er wieder ganz nah zu backen kriegt. Und in der Nähe kann er auch noch ein bisschen blöd durch. Und er fällt sich, dass er sich schlägt, und er ist so weit, er leidte Bert blussvollen, und sagte, er würde mit den Nern gehen. Und all die Schildjungen kamen mit ihm auch nähen, und sie wolle am halben Sekunden sein, dass Ronny sich schlägt, und er sagte, und sie haben dann hörte, und er stellte die Jäfer in der Schildklasse, und sagte Ronny, nun sollen sie bloß waren und spielen, und er wollte sich alle weiter, und er legte, dass die Kinder alle sich um ihn kämmen, und er fällt richtig schlägt. Und die Jungen waren dann, und er spielt. Und nun war Ronny, aber so sei er, wann er tust, wie seine Mama wird, dass er am dort schlägt, und er 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 schlägt. Und dann kam ein großer Junge. Bei der Schule hörte sie so, dass er die größte Kinder, und dann auch die mittelte Kinder, und dann auch die kleine Kinder. Drei so eine Stufe. Und dann kam er von den mittelsten, und dann kam ein großer Junge in der Stufe, und dann kam er, und dann fragte sie, und dann fragte sie, und dann fragte sie, ob sie die Valle sind? Was ist passiert? Und dann fragte sie, und dann fragte sie, und dann fragte sie, sie fragte sie, und dann fragte sie, und dann fragte sie die größte Jungen. wo ich mit meinen Schlamms Oh, seht ihr, der große Junge wie wurde das Bild fern besorgt, ha? Und dann möchte ich nach dem Spuss und seht ihr, als wenn es noch viel besser aus war in der Kapp, uns aufgeschlagen wird und dann muss ich dann nach dem Bett gelachen, dort ist ein Spuss und dann sagt, hey, relax das wird doch noch besser als von der Kapp aufgeschlagen wird und dann ging es in die Bahn und der große Junge, der so und dann hat er es rein machen, so fern ansmerren alles, dass Ronny so dachte, dass wir kracht so fern, als wenn seine Mama das hat getan. Und dann schreit der Junge los, goodbye, und dann rand er auf, wenn er nicht mehr laut für seine Klaus Als Ronny dann in das Haus kam, dann hat er viel zu vertellen zu seiner Mama Alles vertelt er, was passiert wir, und dann sagt er wo wird der große Junge doch so fern zu mir und weiß, Mama ich habe noch niemals mit dem Jungen geredet und ich weiß bloß nicht, ich kann nicht verstehen, warum das ganz fremde Kind so fern sein und dann sagt er noch und weiß, dass wir ein von den großen Jungen der Junge haben sie von ihnen und dann sagt er, dass sie der Junge der Junge hatte sie Und dann zwei Jahre später, als das nicht wieder geht, dann wird es alle halb fief und Ronny kommt immer halb fief nach Hause. Aber es wird halb fief und Ronny kommt nicht nach Hause. Nach einer halben Stunde später wird man immer doll, dass Ronny noch nicht nach Hause ist. Und dann nach einer halben Stunde, als das Hof saß, ging sie nach Hause und wollte die Polizei fahren. Aber sie dachte, sie standen und bieten, dass Ronny in ein Haus kam. Und dann kam Ronny in ein Haus. Und dann sagt sie ganz streng, Ronny, was soll das, als du jetzt mal in ein Haus kämpfst? Weißt du nicht, wo das alles ist? Sonst, das soll nicht noch einmal. Soviel können sie bloß sein. Und dann sagt sie ganz fremdlich, Mom, Mom, das ist okay. Ich muss ein Haus kämpfst, sagt sie. Eine Haus kämpfst? Wirklich? Sagt Mama. Ganz verwundert. Ich habe sie von da, dass sie das Geld gegeben hat. Ich weiß, dass sie das Geld gegeben hat. Und Ronny sagt sie, ich weiß auch, dass sie mir das Geld gegeben hat. Und Ronny sagt sie, ich weiß auch, dass sie mir das Geld gegeben hat. Und dann sagt sie, ich habe sie das Geld gegeben hat. Ich habe das noch ein anderes Geld gegeben. Und dann fragt sie, ich weiß, was sie mir das Geld gegeben hat. Und dann fragt sie, ich weiß, warum das Geld Geld nicht gegeben hat. Und Ronny sagt sie, ich kann das nicht helfen. Weißt du, Mama? Ich? 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 Ich habe das Geld verloren, dass ich das Geld habe, und ich fühle mich blösen, dass ich eine Husskunde habe. Und ich habe gesagt, was kann ich sagen, dass ich meine Geld habe? Und ich habe gesagt, dass ich meine Husskunde habe. Und ich sehe es hier. Jetzt hat man sich frei. Jetzt hat er andere Mann gehalten. Der kann es mir sagen. Ich habe die nicht mehr, sagen wir die Husskunde. Ich habe das Geld gehalten. Die Husskunde habe ich gemacht. Ich habe meine Husskunde. Ich habe die Arbeit gehalten. Ich habe die Husskunde. Ich habe das Geld bekommen. Und ich habe das Geld gehabt. Alles, was er jetzt erlebt hat, hat er eine ganz schönes freeES gemacht. Er ist mit uns mit Menschen. und ich verneu an ihn gar mit einem Schrein so, dass er an der Tat wird, Schrein, Gorn.